Einführung Kapitel E07 zum Datum. Entschuldigung, welches Datum haben wir heute? Heute ist der 6. Januar 2012. Heute ist Freitag, der 6. Januar 2012. Heilige Drei Könige. Der 6. Januar 2012 ist bei uns ein Feiertag. Wir feiern den Besuch der Heiligen Drei Könige. Also der Drei Könige aus dem Morgenland. Rechts auf dem Bild sehen wir die Krippe. Also Jesus, das Christuskind, Maria und Josef und der Besuch der Heiligen Drei Könige. Dieses Foto entstand auf dem Weihnachtsmarkt in Baden-Baden. Dort stand diese Krippe. Dankeschön.